Herzlich Willkommen an alle Kekse da draußen und ein Moin Moin mit meiner Begleitung dem Me... ...Abend... Also einfach mal eine Zwischenrunde wie Rocket League, quasi das was wir schon mal bisher gesehen haben von Team Inkompetenz, äh, da sich allerdings Sailgate und Chris zur Zeit nicht einfinden können, äh, aber bei Rocket League zur Zeit so viel Blödsinn passiert, will ich das einfach mal euch mitzeigen in einem Bisszusammenschnitt, den ihr jetzt sehen werdet. Viel Spaß! Ich steh mit, ich steh mit, ich steh mit, ich steh mit. Ah, ich war zu weit. Warte, ich schieb nach, warum? Ja, perfekt. Das muss man selbst machen. Und die heut' Zusammenspiel der Drill des Dreamteams, ausgespielt, ausgelacht und eingeloggt. Chancenlos. Also das erste Spiel, das läuft doch schon mal. Gut. Äh, ja. Fohr. Äh, warte. Da will ich dann deine Ansicht zählen. Glanzparade. Verlängert bitte mich auf dem Rollen. Scheiße. Ja, der wird jetzt raus, aber das wird passen. Alles kommt gut. Fack. Fackt. Nein. Boah. Fack damit. Alter, Facks. Oh. Fack. Fack. Ja, ja. Scheiße. Ja, ja. Scheiße. Ah. Alter, das ist eigentlich relativ schuldig. Ja, ja. Ja. Bei mir sah es so aus, als ob der Copacab noch herangekommen ist, aber das war wieder so ein Backschuss. Barbie or Nuit, alles klar. Barbie? Und ein Happy? Scheiße! Irgendwie ein Happy Grassmenü, oder? Keine Ahnung. Sind die alle auf Drogen, oder? Boah! Ich bin so gut! Super ein Tor! Ich bin so gut! Mit dem Freisatziger, guck mal! Boah! Wasch! Ich hätte mir rauskicken können! Es geht wieder gut los! Lass mich doch mal mein Katarbeul schießen, verdammt! Ich bin wieder auf der Strecke. Höh, das muss ich selbst machen! Mess! Ach, nein, mach! Ich bin wieder auf der Strecke. alles in die richter die man fast noch ein heimlich auch ein bisschen das war Ja! Das war einfach... Boah, das wirklich wird zuckers gespielt! Teil mir ans Vokal! Hier seht ihr unsere Bewerbung! Messi Aktion und Manuel Neuer in der Tür! Hier ein Bass von Lahn! Warte, lass mich, lass mich! Nee, geh du! Scheiße! Lass mich, lass mich nicht! Ja, ich wusste nicht, dass du da so noch rüberziehst! Scheiße! Oh, er hat! Keine Rettung! Ach, Männer! Wir haben ein Ligaspiel gewonnen! In dieser Liga! Fuck! Leute, jetzt geben sie Aufgaben! Aber ich spiele immer noch Liga 3! Ach nee, war Liga 2! Puh! Schaale! Schön durchgepackt! Haha! Nein! Schön wach! Wie können wir das verhauen? So einfach geht's! Wir machen einen schweren Decker! Aber die einen machen nicht! Was?! Ich dachte, der geht daneben! Ey! Erst dieser Fail da! Ich bin auch nicht mehr! Die Kamera hat wieder feigestört! Ja eben! Naja! Egal! Manchmal sollte man wirklich die Verfolgungskamera ausmachen um den Winkel zu checken! Wie der so... Nee, nee, du verarschst, was wir tun. Yes! Ja! Ja! We have no clue! 49 Sekunden! The comeback is real! GIB ALLES! Noch vier mehr! So, ich bin durchgesetzt. Ja, noch nix. 6 neue Klatsche. Ja. Cookie King! Ich glaub es hackt! Hast du meinen Namen gelesen? DU Pöller! Riecht sich nicht mit mir an! Kommt der Katapultschuss in dein Gesicht! So! Niemand lässt sich... Okay, X dreht gerade wieder völlig durch. Darf man nicht so sehen? Niemand geht mit meinem Namen unter die Leute. Schip an! Schip an! Hahahaha! Ist das geil! Ich bin rachsüchtig! BAM! Oh Gott! Du weißt! Ja! Du weißt das! Boah! Warte noch so rein! Die andere Seite da! Was ist das? Ach, mach's doch halt gekocht, diese Tore. Doch nix! Bei der Narbe kann ich nicht anders! Es gibt nur einen Keks und der ist blau. Das wird das Auto, ja. Das ist das, was jetzt manche Zuschauer bekommen. Boah! Durch zufälliges Langfliegen! Alter! Was ist los hier? Ich hab dir entschieden, rennen wir selbst. Ich auch. Schlipps Beine lang! Warte, komm noch mal! Der ist rein! Scheiße! Alter! Das wird dann auch gespeichert. Das sind nämlich für eine Perfektheitsband. Ich hätte ihn eingemacht, aber nein! Zwei Grad unterschied. Oh nein! Der kommt schlecht! Der kommt schlecht! Das kannst du nicht richtig abschätzen! Ja, gut fünf Jahre Training vielleicht! Genauso auch! Mit dem neuen ... ... ... ... ... ... ... Nein! Ich bin schon verkackt, Maas. So, Koracken, vielleicht können wir hier spielen. Ja, hier ist es live in Farbe und viereckig. Yes! Grüß euch! Ich bin Taktiker. Ach nee, Spielmacher. Jetzt bin ich bei Sons. Jawoll! Kommt doch nochmal die Wände! Bleiben Sie dran, nach der Werbung. Nein, wir haben keine Werbung. Ich stimm gleich zurück. Ja, boah! Scheiße! Das war aber toll, glaube ich. Scheiße! Ja, nein, egal von der Werbung. Ich wurde das letzte Mal. Ich bin nur noch ein paarise Zuschauer. Nein! Aber dann müssen wir einfach eine Kuhlischof-Geräte machen. Dann müssen wir den Schleuchtern und die Kuhlischof-Geräte machen! Du bist so wichtig? Das war jetzt nicht so, dass du da bist! Ich will nicht die ganze Szene schlauchze das unsere Schleuchzeiten machen! Und du bist so! Ich weiß nicht, was war's. Oh! Nein! Weckleisch! Ohohoho! So, jetzt ganz ruhig um die Ordnung. Das Ding nach Hause machen! Oh! Oh! Nein! Fuck! Das gäbts nicht! Wie kann man mit so nem scheiß einfachen Lupfer zwei Spiele ausäppeln? Verdammte Hacke! Und die Kräuter! Aaaaaaah! Ich hab den Stiefel freigeschalten! Und die Kräuter! Schön für den Stiefel! Der stinkt! Ja! 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 Ja!